hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren spiel line war heute spiele ich gegen afina mal wieder weil unser letztes game schon eine weile her ist und wir schauen uns wie immer erstmal die map an wir haben ja anscheinend eine große insel aber die ist sehr zerklüftet und wir nehmen den fuck of war mal raus und gucken mal mit ein bisschen zeitraffer wo wir denn so starten ich würde es hier mal auf den bereich tippen ich habe es nicht mehr ganz im blick okay afina geht hier hin ich werde mit sicherheit hier starten anscheinend habe ich mir die karte ist da angeschaut ich gehe in dem spiel anscheinend mal wieder auf double airport und dann eine factory zu und zwei barracks das ist einer meiner standard start und bei afina haben wir jetzt hier auch double airport triple barracks okay aber der eine airport kommt sehr verzögert hier wird auch irgendwie die die der stelle von dem wald nicht wirklich ausgenutzt hätte man eigentlich machen können ach so ne kehrsgebiete war gar nicht im stadt drin wahrscheinlich deswegen naja okay und jetzt hier spannend relativ schnell kommendos gebaut und auch direkt einen landing craft sieht man auch nicht so häufig also ein relativ spannender start am anfang da muss ich natürlich aufpassen hier haben wir so die ersten scharren mützel der infanterist wurde leider zurückgelassen dann hat er doch zurückgezogen mal schauen ob er es noch weg schafft sieht fast so aus so meine ersten beiden striker sind jetzt hier unterwegs zum scouten ich wusste ja dass das affiner in der richtung ist hier und haben wir jetzt auch anscheinend gefunden ich gehe mal schalte kurz schon auf meine befehle die gebäude habe ich jetzt noch nicht entdeckt anscheinend und kommen zurück aber spannend auf jeden fall hier die ersten beiden kommendes gehen hier oben hin das hatte ich zu dem zeitpunkt überhaupt nicht auf dem schirm und ich konnte auch einfach gar nicht sehen und das ist natürlich spannend ich meine hier unten kann einfach rumlaufen und da macht es schon sinn ja hier oben zu droppen und ich habe jetzt beschlossen hier mit den striker mal da hoch zu fliegen weil ich irgendwie dachte vielleicht ist irgendwie da die basis dem war aber nicht so hab dann hier wieder auf dem angriffsbefehl geswitcht und schießt einfach hier meine raketen auf die feindlichen truppen wieder mein refiner ist ja gerade fertig geworden gutes timing an der stelle und genau ich brauche jetzt hier wenn ich nur eine factory gehe brauche ich meistens direkt nur sam units einfach weil ich sicher sein möchte dass ich genug stamps habe wenn halt die striker oder was auch immer kommen und die kommen jetzt auch striker wie wir sehen und auch interzeptoren genau aber hier kriege ich gerade den ersten striker schon fast down leider nur fast hier kommt der nächste kommento trop da muss ich natürlich aufpassen den habe ich auch nicht gesehen das habe ich auch gesehen ich habe da aber im selben moment auch hier den den angriff auf seine refinerie geschickt und habe dann beschlossen okay die fänden schaffst du nicht mehr ziehst es einfach durch und damit hat es keine energie mehr das heißt alle seine flieger gehen auf den boden zurück meine allerdings jetzt auch ja da hat er mich eiskalt erwischt ich ihn allerdings auch also von daher war es jetzt eigentlich so für keinen riesen problem es wäre halt ein problem wenn ich mich erst zuerst stört hätte weil dann wäre meine flieger zurückgekommen und seinen refinerie überlebt das heißt das war jetzt echt sehr sehr close einfach ich kann es natürlich nur direkt nachbauen und er auch er nimmt jetzt halt hier der zwei möglichkeiten durch die zweite wahrscheinlich in der hoffnung dass es außerhalb meiner striker range ist ja aber ja wird sich zeigen ich denke dass ich da auch noch hinkomme ich bin nicht ganz wobei es war glaube ich schon sehr knapp hier ich weiß es nicht vielleicht ist es gerade so draußen vielleicht auch nur bei vereinen vielleicht auch gar nicht ich weiß nicht so meine striker haben wieder energie und helfen jetzt hier die beiden kommandos zu clean äh nichtsdestotrotz hier kommt direkt der nächste trop und hier oben werden jetzt auch schon infanteristen oder barracks gebaut erstmal und dann wahrscheinlich wenigstens auch infanteristen und weitere kommandos also ich habe jetzt hier die erste front in meinem rücken von der ich eigentlich noch gar nichts weiß genau das hier äh gibt es einen kleinen fight der wundert mich so ein bisschen ich muss mal grad gucken was er hat so ein line command gemacht okay vielleicht auch der grund warum die jetzt einfach alle weiter fliegen weil normalerweise wenn die einander fliegen dann bleiben die auch meistens aneinander kleben die die flieger er hat mir jetzt hier eine factory zerstört ja gar nicht mehr so schlecht für ihn ich glaube ich habe ihm allerdings auch hier eine barracks zerstört die waren normalerweise nicht drei barracks gewesen und jetzt setzt er halt stattdessen eine factory hin weil er hat aktuell überhaupt keine äh stemmin das einzige was er gegen er hat sind seine interzeptoren die natürlich auch nicht schlecht sind aber naja das ist mal spannend zu sehen was ich jetzt mache mit meinen r-units das war es vielleicht nicht so smart hier seine interzeptoren direkt meine sams rein zu schicken geht das ich lieber zum defendant aufheben soll und ich fange jetzt halt hier an meine striker rein zu schicken und schicke sie auch bewusst meine sam-units an die front ich habe ja auch eigentlich keine ari ich habe ja nur infanterie und ein bisschen sam-units und ähm die sam-units sind natürlich jetzt wertvoll einfach weil sie die gegnerischen striker auch abgreifen und die interzeptoren dann geht der interzeptor durch der der kommt durch ich fliege jetzt hier bei meinem nächsten sam-units und stirbt einfach nur damit sind die commandos auch tot war schon mal gut auf jeden fall für mich und ja jetzt habe ich hier eigentlich eine ganz gute position mit der sam-units hier vorne jetzt hier auch noch die striker auf dem rückweg attackieren allerdings anscheinend keiner hat den down bekommen auch spannend naja gut ich habe mittlerweile gescoutet dass hier oben die refinery ist und dementsprechend schicke ich meine striker jetzt auch da oben hin hier den kampf da oben habe ich verloren und da hat ich einen pet-verdrift hingeschickt er hat aber mit mass-commandos gegen gepusht da hatte ich nicht genug um das zu kontern die refinery geht jetzt hier aber down das ist schon mal ein gutes gift da finden wir genauer hatten wir keine energie ich habe mittlerweile irgendwo eine zweite energiequelle ausgemacht außer hier die hier oben genau und jetzt fahr ich hier meinen sam-units in meinem einen vertritt einfach mal rein und habe jetzt einfach den plan seine main base zu zerstören und jetzt kommen hier auch die striker dazu denke ich zumindest so langsam geht der airport down das ist ja schon down und die striker am start und das war es dann eigentlich auch hier mit seiner main base dementsprechend muss ich etwas neues hinter sich überlegen und das hat er auch bereits und fängt an hier unten den factories zu pumpen wir können hier auf die IS-Inkamm gucken 824 932 also ich bin mal wieder behind in der eco passiert mir irgendwie erschreckend oft muss ich leider gestehen und das liegt echt einfach daran dass er mehr land gecappt hat wie kann das passieren ist die große frage wenn wir gerade mal auf meine sicht schauen also hier habe ich alles schon durchgecappt aber hier anscheinend einfach zu wenig Infanteristen dann auch wieder hier runter geschickt habe ich mit red wenig das hinterland gecappt und die meisten eher hier an die front geschickt die halt dann hier oben gestorben sind oder hier unten gegen seine ganze Infanterie und seine Kommandos vor allen Dingen das heißt er hat mich einfach ganz gut davon abgehalten hier alles zu cappen und da wo ich Platz hatte habe ich einfach zu wenig Einheiten zum cappen gehabt und das würde ich mal sagen das ist der Hauptgrund warum ich da hinterher bin aber ich ja ich bin halt die ganze Zeit eben im Gebäude am zerstören das ist halt natürlich das wiegt das wieder auf weil das ist halt einfach ein ganz schön großes Investment hier hat er jetzt anscheinend auch ein Rocket angefangen zu bauen oder wollte es anfangen ich weiß nicht ob ich jetzt dauernd erstelle doch kriege ich direkt natürlich dann auch wieder 500 Capital die direkt weg sind ne das dauert bis bei seinem 1000 Einkommen die er hat ist das eine halbe Minute die er die verloren geht an Income also gar nicht so uninteressant so die Main Base hier oben ist jetzt platt aber das ist jetzt seine neue Main Base hier unten und ähm ja genau jetzt sehen wir jetzt auch hier die ersten Aris mal wirklich ne bisher war es ja relativ Arie arm aber jetzt wird hier auf jeden Fall ein Arie Sam Push von ihm kommen das ist ja relativ klar bei den ganzen vielen Factories was soll er auch anderes machen sollte allerdings aufgrund meiner ja Einheiten Zusammenstellung auf jeden Fall gucken dass er viele Sams mit dazu nimmt weil es können bis zu 12 Striker sein und das ist halt nicht so ohne so hier oben äh kommt seine Kompetenz mittlerweile bei mir in der Basis an die sollte ich aber jetzt hier mit den vereinten Kräften ganz gut defended bekommen ja und das sieht auch gut aus soweit so ich hab's auch direkt hier hoch geschickt um noch zu gucken ob auch noch äh Verstärkung kommt sozusagen um die abzufangen hier in der Ecke gehen zwei neue Barracks hoch einfach um so wahrscheinlich nur eine weitere Front bei mir aufzumachen ich mein es ist alles Sachen die meine Einheiten hin und her schicken und ablenken und wenn die äh da rumlaufen kosten die auch Geld also ganz so blöd ist es auf jeden Fall nicht jetzt kommt hier auch langsam von Norden mein Push in seine neue Hauptbasis rein hier ähm fehlen mir auch die Aris um ihm hier sinnvoll ja gegen zu pushen okay jetzt hab ich anscheinend mittlerweile hier oben entdeckt dass er da expandiert ist hab da mal ein paar Flieger hoch geschickt allerdings äh sind in der Reichweite von dem Befehl anscheinend ist nur die die eine die eine Airport drin das heißt es können nur sechs Striker oder aktuell sind sogar nur fünf da hoch fliegen äh hier runter fliegen jetzt gerade äh meine anderen Striker er hat eigentlich noch einiges an Sam-Units hier ist es jetzt 1,2,3 gerade äh 4,5 kann ich euch übersehen genau jetzt habe ich auch zwei Striker verloren alles war nicht erfolgreich der Push hier also der Luftangriff dann muss ich darauf warten dass die Striker von oben auch wieder runter kommen jetzt schicke ich jetzt aber alle Striker nochmal hoch um die beiden Barracks hier auszuschalten das sollte jetzt offensieren mit zehn ja wahrscheinlich sind so acht oder neun Striker auf jeden Fall genug denke ich und dann sollte sollten die Barracks hier oben auch Geschichte sein hier hat er jetzt auch schon mittlerweile eine Factory errichtet und hier auch zwei weitere Barracks das heißt hier hat er einen ganz schönen Infanterieplop am Start mittlerweile und ich fange jetzt hier auch an ein paar zwei Barracks umzusetzen um einfach gegen zu pushen hier so langsam stetig erober ich das Land aber ja Income mäßig 1130 zu 1100 also mittlerweile habe ich es geschafft den zu überholen aber ich war sehr sehr lange einfach hinterher vom Income her und ja hier oben habe ich auch ein bisschen Economy ausgebaut und alle Barracks hingesetzt aber die sehe ich anscheinend nicht oder der läuft jetzt verdächtig dahin ich muss gerade gucken ne das ist der Befehl den da hinschickt aber die aber er schießt zurück okay alles klar ja die sterben jetzt wahrscheinlich einfach den Commandos ich weiß gerade nicht oder zieht sie zurück alles möglich genau mittlerweile echt sehr viele Sams das heißt mit meinen den 12 Striker die ich in der Regel maximal habe komme ich da auch nicht durch ähm was habe ich mittlerweile gebaut ich habe ein paar mehr Factories gebaut noch ein paar Kasernen dazu aber im Endeffekt ja kommt es einfach hier in Ari Sam Flop wobei ich echt viel zu viele Sam Units habe weiß gar nicht so genau warum ich meine am Anfang hatte ein paar ähm zwei Airfields gehabt aber die habe ich ja schon lange zerstört das war jetzt an der Stelle nicht um die beste Idee das ist mir selbst mitzunehmen nichtsdestotrotz sieht das jetzt hier ganz gut aus denke ich weil hier bei seinen Samuels vorne stehen ist jetzt auch nicht unbedingt schlau wenn er weiß dass ich jetzt hier Striker habe das heißt ich kann ihn gleich da gleich reinschicken ohne dass ich massive Luftabwehr zu erwarten habe jetzt nehme ich jetzt hier trotzdem mal zurück anscheinend schau mal hier drüben die hat ja so eine kleine Front da richtig fahr da jetzt einfach mal rein oder lauf da einfach mal rein ja sieht jetzt auch nicht so mega vielversprechend aus gucken wie das aussieht ich nehme mich jetzt irgendwie zurück jetzt auf der Flanke wo es nicht vielversprechend aussieht okay anscheinend auf beiden Seiten so hier unten ziehe ich mich weiter zurück und ja worauf warte ich denn da wahrscheinlich darauf dass er ein bisschen näher kommt und jetzt schicke ich die Striker rein genau hier nehmen wir Factories 10 1,2,3,4,5,6,7,8 Factories 2 Barracks also jetzt hier unten produzierte Tentia mehr als ich hier oben auf jeden Fall aber ich habe natürlich den Vorteil der Striker dabei noch und hier oben noch die zweite Flanke und einfach noch ein paar Einheiten auf Vorrat nichtsdestotrotz hat er jetzt hier mit seinen Kommendos geschafft die Barracks nochmal zu töten genau da muss ich dann auch nochmal irgendwie drauf reagieren habe jetzt eigentlich auch hier oben seine Basis gefunden und gehe da jetzt rein ja ja das läuft ja die Front auf jeden Fall da kann man nichts sagen und hier oben hier oben haben wir 5 Sam-Units okay ich muss jetzt eigentlich zurückziehen ne wenn die jetzt einfach nach hinten fahren dann weiten die ganz gut dass sie dann selber stehen das dann werden sie auch daraufhin von Infanträten einfach verrannt nicht irgendwie das kosteneffizienteste so hier habe ich jetzt noch einen Angriff gewagt es gibt hier auch größtenteils Infanterie ja ein paar Sam-Units die aus der zweiten Reihe schießen können und eine ganze Adlerie dabei also die Adlerie Unterstützung ist äh nicht sehr groß hier drüben ist schon mehr mit Adler unterwegs und mein Sam-Count lässt ein bisschen zu wünschen übrig aber da er keine Air-Units baut ist es auch vollkommen okay sollte ich aber zum Zeitpunkt auch nicht so hundertprozentig wissen da er ja auch hier theoretisch Gas oder Energie zur Verfügung hätte genau also hier oben hat das trotzdem wieder relativ gut geschafft zumindest die untere Flanke zu gewinnen die linke Flanke und die mittlere Flanke und die Mitte hab ich eigentlich gewonnen und äh hier pushe ich mittlerweile auch durch das heißt das Income wird jetzt immer mehr 1500 zu 1060 in meine Richtung äh sich verbessern und mittlerweile ist Striker wieder unterwegs ähm ja ich meine die äh ich verliere ein paar aber ich richte auch immer ordentliche Schäden an nichtsdestotrotz muss ich mich hier eigentlich wieder zurückziehen ich schaue immer mal so ein bisschen ob ich irgendwo einen Nuke oder dergleichen sehe als aktuell komme ich hier noch nicht so richtig voran ne das ist ja auch klar dass es nicht klappt weil er einfach viel mehr Factories hat als ich bin hier mit 4 ok mir leid ich hier unten noch euch nach 5 Factories entgegen pushen und bei Barracks die hier oben geht er auf die Front die er natürlich auch in irgendeiner Front bedienen muss also jetzt hat er hier angefangen mit die Kommandos hier durch zu kommen weil ich mich hier zurück gezogen habe und er so ein bisschen gegen gepusht hat die Kommandos marschieren jetzt hier einfach durch hier unten das sieht eigentlich nicht gut aus da muss ich eigentlich mich zurückziehen das mache ich jetzt auch anscheinend und flankier hier so ein bisschen seine ja Bodeneinheiten mit Strikern allerdings hat hier in der Hinterhand doch einige Sam-Units stehen allerdings so weit hinten stehen anscheinend der erste Striker fängt jetzt an da rein zu fliegen aber der Rest hat doch relativ wenig Schaden bekommen wollte ich mich mal zurückziehen das habe ich leider verpasst im Moment bitte bitte zurückziehen nope der habe ich nicht aufgepasst anscheinend dass hier auch so ein bisschen Panik anscheinend habe mich so ein bisschen in der Verteidigungslinie zurückgezogen zumindest auf der der Seite ja auf beiden Seiten sogar und habe ich irgendeine Antwort gebaut ne ich sehe keine Nuke ach doch hier ist die Nuke genau ich hatte nämlich irgendwie in Erinnerung dass ich irgendeine Nuke gebaut habe da kommt es jetzt auch das Launchpad und hier oben bin ich jetzt eigentlich hier auf dem Vormarsch und hier oben bin ich durch ich habe die Barracks zerstört hier noch mal das heißt die Seite sieht für ihn sehr düster aus ich muss natürlich jetzt hier aufbauen dass ich meine Hauptbasis nicht verliere aber jetzt habe ich hier eine eingegrabene Adlerie Linie das ist schon nicht so falsch und hier habe ich mich dazu entschieden doch mal wieder durch zu pushen so die Nuke ist aber lange noch nicht fertig das Launchpad wird noch gebaut wird natürlich immer noch mal ein Striker in der Hinterhand wenn es dann doch mal hier nicht mehr so ganz so gut klappt jetzt lade ich die Defense Line auf einfach weil die schon zu ausgedünnt war und dann damit zu wenige Einheiten am fighten wenn man dann Linien mixt dann gehen ein paar in die Defense rein ein paar nicht das lohnt sich dann auch nicht so richtig und das nutze ich ja aber die Tatsache aus dass ich hier so ein bisschen so ja praktisch eine Flanker gegen ihn zu fahren kann meine Ari und dann Tensia mit mehr Einheiten schießen kann und das klappt jetzt hier auch ganz gut ich denke jetzt trage ich hier ganz gut Aris und jetzt kommt auch noch ein bisschen Unvertrieb rein die jetzt eigentlich gerade nicht vorbeikommen mit meinen Ari das ist auf jeden Fall sinnvoll für mich genau hier drüben ich probiere es mit der Brechstange er verstärkt es eigentlich das heißt es ist eigentlich dem Scheitern beurteilt und ähm ja hier bin ich durch und an der Stelle gibt mein Gegner noch auf ich meine wenn man sich das Income anguckt dann sieht man halt einfach ich bin halt mehr als doppelt so vom Income her und er ist halt ansonsten von der Map eigentlich weg ne hier ist jetzt auch nichts was ihn noch irgendwie dazu bewegen könnte dass er sagt da kriege ich nochmal eine neue neue Front eröffnet oder irgendwas das ist eigentlich alles cleaned das ist das einzige ist das hier unten und er weiß einfach das zu wenig Landmasse um von da nochmal gescheit gegen pushen zu können ja an der Stelle nochmal sorry für das verschnupfte kommentieren ich hoffe es wird bald besser und danke fürs zuschauen bis zum nächsten mal ciao 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 ciao